Seville, Digga, warum willst du heute schon wieder Death Run gegen mich machen? Warum? Nebelix hat auf... Wir haben auf dich keinen Bock mehr. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Junge, ich will meine Ehre wiederherstellen. No joke, wie oft hab ich jedenfalls wieder verloren. Seville, du hast keine Ehre. Ich hab dir 300.000 V-Bucks live abgezogen. 300.000 V-Bucks auf mein Konto, Leute. Ich hab's euch gezeigt. Seville hat mir die Scheiße überwiesen. Das sind umgerechnet 3.000 Euro. Der Typ muss bald zum Arbeitsamt wieder gehen. Bruder, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Heute ist der letzte Death Run mit dir. Wer heute den Death Run verliert, muss Fortnite löschen. Fortnite löschen? Muss Fortnite löschen. Hast du Angst oder was? Gegen den König, trau dich. Ich will, dass du kein Fortnite mehr spielst. Du bist es nicht würdig. Ich löschte dich mal in Fortnite, Digga. Ich muss Videos machen. Bist du behindert? Hast Angst? Okay, du musst es für 3-4 Tage löschen. Let's go. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Äh! Ich bin dabei. Keine Chance. Der Death Run gehört mir, Digga. Hä? So, Leute. Seht ihr das? Äh! Es hat geleckt! Ich will, dass du das reinschneidest! Bei mir hat es auch geleckt. Äh! Es leckt, Digga. Es leckt. Warum? Ey, das ist so unfair. Binnen. Pam! Ey, ich dreh durch! Ich dreh durch! Was passiert hier gerade? Was machst du schon wie das Hebel? Okay. Ich konzentriere mich nur, wenn ich... Es hat geleckt. Warum? Nein! Mann, es... Ich darf nicht runterfallen. Ich muss... Warum? Warum hast du mich blockiert? Warum hast du mich blockiert? Ich habe dich nicht blockiert. Doch, du hast mich blockiert. Ich dreh durch. Ich kriege gleich... Bruder, du hast... Es hat geleckt. Ich war so im Lauf drin. Jetzt schaffe ich die einfachsten Jumps nicht. Ja, echt nicht. Nein! Die Falle ist direkt in mein Herz. Rett und raus. Ja, echt nicht. Nein! Die Falle ist direkt in mein Herz. Rett und raus. Das ist schon Adrenalin pur, ne? Muss ich ehrlich sagen. Bah! Bah! Oh, nein! Das ist bei mir jetzt! Bah! Nein! Das ist bei mir! Nein! 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 Okay, ich beruhige mich jetzt wieder. Nein! Oh! Jeder Fehler... Jeder Fehler ist hier berechnet. Yes! Wir haben die Führung wieder. Wir haben die Führung. Yes! Nein! Was willst du hier? Was willst du hier? Ja, komm! Geh zuerst! Geh zuerst! Geh zuerst los! Nein! Geh zuerst oder bist du Schisser? Komm, wir snicken. Schere, Steinpap... Okay, perfekt. Nein! Okay, du stimmst eh, du stimmst eh den Karma. Du stimmst wegen Karma, ich sag's dir. Wirklich jetzt. Ah, nö! Ich höre, du auch! Hallo, hallo, Polizei, hallo, 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 hallo! Ey! Ey, du hast dich geblockt! Du hast dich geblockt, hör auf damit! Ich bin... Ich bin Fettfinger, was machen wir hier gerade? Das ist einfach eigentlich. Das haben wir schon tausendmal gemacht. Ja, ich weiß. Aber du bist halt genug. Ich hab dich nicht geblockt. Du hast mich geblockt! Nein, hab ich nicht. Warum? Hab ich nicht. Du 31er, warum hast du mich geblockt? Hab ich nicht. Hä, ich komm da nicht hoch. Du hast mich geblockt, Zeville. Du hast mich geblockt. Hab ich nicht. Doch, wirklich jetzt. Nein. Hä, tu dich jetzt nicht so als Opfer darstellen. Ich bin immer das Opfer. Hä, ich komm da nicht hoch. Ja, sehr gut. Hä? Es packt schon wieder. Ey, ich dreh durch. Ey! Mann, du hast mich geblockt. Ich war durch, Mann. Selbst wenn ich dich geblockt hätte, müsstest du das schon längst geschafft haben. Gute Spieler schaffen das. Es passt bei mir ohne Spaß. Ich weiß nicht, was los ist. Die Fallen lösen ganz komisch aus. Digga, du weißt schon, du musst Fortnite löschen, ne? Ich sag, also, ich, ich meine nur, ich meine nur, ne? Ich meine echt nur jetzt. Du musst halt Fortnite löschen für mindestens 3.000. Halt dein Maul jetzt, Mann. Ära ist auch so vorbei, vom Death Front zu gewinnen. Ey, was ist das? Ich hab gleich keinen Bock mehr, Junge. Soll ich das sagen, wo ich bin, eigentlich? Soll ich das sagen, wo ich bin? Race Level. Oder soll ich dir nichts sagen? Ey, ich... Ach, nerv mich jetzt nicht, Mann. Es geht hier nicht voran. Ich bin bei Level 35. Es leckt, Digga. Bin bei Level 35. Aber komischerweise wächst es bei dir immer, ne? Ja. Ja, jetzt rufst du dich auch noch angerufen, alles. Also, das traue ich dir nicht zu. Oder du verarschst dich, dass du nicht weiterkommst. Ey, du schützt, ich komm nicht weiter. Es geht nicht, weil du mich geblockt hast, Mann. Junge, ich hab dich nicht mal... Ich hab dich... Du hast mich geblockt. Du hast mich da auch einmal geblockt. Also, sei du leise. Und jetzt war ich mal mit Absicht bei mir. Ich komm... Wirklich, ich komm nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aha. Du hast es ja. Also... Komm, jetzt... Jetzt... Jetzt kann ich mich wieder sputen, Digga. Jetzt kann ich mich wieder sputen. Jetzt geht's wieder rund hier, die Luzi. Jetzt geht's ab. Oh, das ist übelst schwierig. Nein. Hey, was? Oh, lol, Digga. Wie viel muss man denn hier machen? Oh, das ist übelst schwer. Wie hoch ist denn das, Junge? Junge, endlich. Was ist das denn hier schon wieder? Nein. Oh, Bruder. Oh, ne, oh, ne. Das ist schwierig. Wer bist du? Ja, ich bin... Ich bin Level 25. Ach, Mann, ey. Ja, Max hat mich abgelenkt. Da nicht nix für. Max hat mich abgelenkt. Ich bin Level... Oh, Digga. Das ist nicht so einfach hier grad. Das ist echt... Bam. Bam. Oh, perfekt, perfekt. Alter, es ist schwierig. Bam. Wie viel Level hat der Deathrun? Wie viel Level hat der Deathrun? Sag wie viel. Nein, sag nicht. 50. 50. Also ganz komischerweise, redest du wenig heute. Was sagst du? Du redest ganz schön wenig. Ja, aber ich muss aufholen. Was soll ich machen? Ja, aber das Ding ist, du wirst mich nicht aufholen. Weißt du da gar nicht? Ich weiß es. Bruder, was ist denn das hier? Ist ja immer dasselbe. Bruder, was ist das? Das habe ich da jetzt schon 20.000 Mal gemacht. Was ist das? Oh, ein Dropper. Oh, nicht sowas. Ach, da muss man springen. Ich habe es vergessen. Ich bin durch. Ich springe durch. Aber nein, es geht nicht. Immer das gleiche bei dir. Ich sag da nichts mehr, Digga. Ja. Ey, das ist doch krank, ist das. Ja, Bruder, ich sage dir ganz ehrlich. Ich mache hier alles. Was? Ey, guck mal, das Ding ist. Ich fliege. Ich glaube, das liegt am Playstation. Oder Playstation nur 60 FPS. Ich bin schon durch, aber die Fallen lösen trotzdem noch aus. Es ist zu unreal. Okay. Es ist zu unreal. Ich bin durch. Bist du einmal aufgekommen? Bei dem, bei dem Dropper? Ja. Nein. Leicht aufgekommen? Leicht, glaube ich. Ja, aber nur ganz leicht. Ja, das ist gut. Das geht bei mir. Ich fliege durch. Du musst halt springen von oben und dann springen auf die Falle. Ja, ich sage, ich bin wirklich unter den Pfeilen. Ich sterbe aber trotzdem. Was ist denn? Ja. Hast du's? Scheiße, Digga. Ey, ich wohne jetzt. Ich darf das nicht verkaufen. Yes, 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 yes. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, das sind hier eigentlich die einfachen Dinger. Die habe ich drauf. Jetzt bitte, geh doch hoch. Dicker. Stark. Stark. Jetzt habe ich einen Lauf. Ey, ich verreckte die ganze Zeit. Ey, das stimmt was nicht. Sag ich dir nicht. Ach, Mann. Ich sterbe die ganze Zeit. Das kann nicht sein. Oh ja, wichtig. Wichtig. Ich sterbe wieder. Ich sterbe wieder. Hä? Oh yes. Ich schaffe dieses Level nicht. Mann. Ja, da muss man sich konzentrieren. Was musst du da machen? Mit dem Bouncepad auf dem Bouncepad und dann mit der Höhe aus Dinger auf dem Checkpoint. Und das geht irgendwie nicht, weil es zu weit weg ist. Mann, was ist denn da schon wieder? Diese Eisflächen, was häft der richtig? Nein, 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 nein. Egal, ich habe was Gutes geschafft. Ja, du darfst nicht direkt nach vorne irgendwie, das ist übel, komisch. Oh mein Gott, was mache ich denn? Hast du es geschafft? Mann! Hey. Oh nein, jetzt kommen noch mal drei Stück davon, lol. Oh, ich habe ja gar keinen Bock auf dieses Scheiß fallen, Mann. Ja, ja. Was ist denn das? Inhalb in der Falle drin passiert gar nichts. Hä? Ja. Hä, was ist das? Ja. Hä, was ist das hier? Yes. Yes. Hä? Das ist ganz komisch hier, Bro. Das ist ganz komisch hier. Hä? Alter, Dicker, das ist übel schwer. Ey, ich schwöre dir, ich bin auf der 32 drauf, aber der zählt das nicht. BTF, wie geht das? Ja, ich habe es geschafft. Nein. Wo bin ich jetzt? Ich bin, warte, ich muss gerade konzentrieren. Mann! Äh, äh, 37. Ey, Dicker, das ist so schwer hier. Ja. Hey, bitte lass mich doch hoch. Aber hier liegen doch zwei. Nein, ich hatte es. Nein, du musst eins. Ey, ich hatte es gerade. Was denn das für weiter Jump, Junge? Ey, ich freue mich hier den. Power, power. Komm doch! Dicker, diese Scheiß-Pinball-Dinger. War ich doch zwei. Hat er mich verarscht? Hä? Ne, ich habe es echt mit einem. Nein. Zu dumm von mir, zu dumm von mir. Zu dumm von mir. Hängst du gerade an deinem Level, oder was? Ja, die ganze Zeit schon. Digga, was ist denn das hier jetzt? Ja, ich drehe gleich durch, ne? Ich schwöre, ich werde gleich verrückt. Wie bin ich denn da schon wieder? Ey, das ist so. Ich bin gerade echt zu aufgeregt. Ich muss ruhiger spielen. Ich muss ruhiger werden. Das sind hier so eine Classic-Jumps, die eigentlich nicht schwierig sind. Was? Ey. Schon wieder der Letzte. Ey, Junge, jetzt reicht es, jetzt reicht es langsam. Die sind Pinball-Dinger. Die sind wirklich nicht normal. Ey. Es ist zu krank, was hier gerade passiert. Es ist wirklich... Also, das ist so lächerlich. Ich schaffe die einfachste Scheiße nicht wegen dieser Scheiß-Gift-Falle, weil die mir auf den Sack geht. Ey. Yay. Yay. Ich hatte es. Ich bin wieder... Ey, Mann, ich hatte es. Das kann nicht sein, Digga. Ey, ich verkack an so einer Scheiße, Junge. Wenn der da jetzt weiterkommt, DJ, ohne Witz, Alter. Ja, zu zweit können wir das nicht machen. Er blockt mich, er blockt mich. Ja, GG, Digga. Wir kommen jetzt nicht raus. Er blockt... Ey. Junge, hör auf. Ey. Ich bin schon längst oben, er schreit. Ich war wieder oben. Was ist denn da oben? Geht das so weit oder was? Bruder. Digga, was ist das? Deine Fresse halten. Leute, ich back hier, ich back. Ich kann mich nicht... Leute, ich kann mich nicht mehr bewegen. Leute, was ist das für Buggy? Was ist denn das hier? Ich hoffe, ich meine ersten Jump. Du hast es geschafft, ne? Du hast es geschafft, ne? Du hast es geschafft, ne? Ja, habe ich. Kacke da. Wie soll man denn da raufkommen? Was ist das, was ich da gerade gebraucht habe, Digga? Ja, das fuckt rum hier, das fuckt rum. Nein! Ey! Ey, das fuckt hier, ey, bis soll ich hier hoch? Ey, Digga. Ey! Was ist das? Diese Pinball-Dinger, geh mir so auf und sag, Alter. Jetzt, Digga, ich war eine halbe Stunde da dran, ne? Du hast mich damit eingeholt, mit den Dingern. Du hast mich damit einfach nur eingeholt. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht sowas. Ey, sowas kann ich nicht. Was denn? Bruder, ich bin... Das Ding ist, ich lande manchmal bei den Pinball-Dinger genau oben. Und ich werde zur Seite geschossen. Ja, ich weiß. Ey, wenn ich diesen Deathrun fertig habe, ohne Witz, es fällt so eine Last von mir. Spring doch, du 80er Wave! Nein, ey! Hast du's? 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 Ich war so knapp. Ja, ey! Ey! Bei mir backt es halt die ganze Zeit, du, ich hänge die ganze Zeit fest bei den Dingern. Und ne, wie das sowas ähnliches kommt dann, ne? Sowas ähnliches kommt dann. Digga, ich war schon zwei mal oben, Digga. Komm! Ich war schon so oben, Junge, eigentlich ist das mal einfach. Ich hab's. Das hast du. Philipp, ich habe gewonnen. Was hast du wirklich? Ich bin fertig, ja. Nee, Digga. Ich bin fertig. Oh mein Gott. Ja, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, also ich gönn's dir diesmal nicht. Also ich sag's dir wirklich. Warum? Bruder, weil du mich geblockt hast. Ich sag dir ganz ehrlich, ich gönn's dir nicht. Bro, 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 Bro. Pass mal auf. Okay, du darfst gleich ausreden. Erstens, hab ich dich wirklich nicht mit Absicht geblockt. Zweitens, hast du mich... Kannst du dich mal ausreden lassen? Zweitens, hast du mich auch kurz geblockt, auch wenn's unabsichtlich war von dir. Von dem her. Und dass du... Digga, ich hab dich aber auch nicht so einer als anstelle geblockt. Digga, der Fallentunnel war echt nicht schwer, bitte. Da gab's schwierigere Stellen ja zu Fallentunnel. Ja, guck, du steckst sogar da fest. Also, du warst halt einfach schlecht, Digga. Sorry, aber du warst schlecht. Und, äh, ja, du musst deinen Fortnite löschen. Für mindestens drei Tage, Bro. Ja, wenn's eGames kommt, hügt mich eh nicht. Ja, ich mein nur trotzdem. Ja, ich lösche es jetzt auch, Digga, hügt mich nicht. Ja, ich will's in der Aufnahme sehen, Digga. Ja, Digga, hügt mich nicht, Digga. Ja, du bist noch ingame bei mir. Ja, Leute, das war's mit dem Video gewesen. Hau da rin, guck da hin. Ich kann das zunächst mal sagen. Es ist einfach nur schlecht, Digga. Weil unfällig gespielt worden ist. Man hat's gesehen in der Aufnahme. Was? Ich hab gar nicht... Nicht gegönnt, Digga. Das war's gewesen, Leute. Checkt nicht Seville ab. Hau da rin, guck da hin. Das war's für mich gespielt in. Das war's für mich gespielt in.